Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Video von mir, ich bin Exos und in diesem Video schauen wir uns an, wo der liebe Xur dieses Wochenende steht, und zwar auf dem Turm, hier hinten beim Hangar, wo er immer steht, wenn er auf dem Turm unterwegs ist. Wir schauen uns natürlich auch an, was er dabei hat und ich gebe Wissen meiner Meinung zu den einzelnen Exos ab. Nun, wie immer hat er ein exotisches Engram dabei, das machen wir dann natürlich am Ende auf, dann hat er unbarmherzig dabei, ist ein sehr interessantes Fusionsgewehr, denn bei nicht tödlichen Treffern wird die Aufladerzeit von der Waffe verkürzt. Das heißt, ihr könnt immer schneller nacheinander feuern beim Fusionsgewehr, wenn ihr zum Beispiel auf einen Bossgegner schießt. Im PvP dementsprechend nicht so zu gebrauchen, aber für PvE ist sie recht gut, weil, ihr seht, es ist eine Speziwaffe, also keine schwere, sondern eine Speziwaffe und dadurch hat man die Möglichkeit, mit einer Speziwaffe auf Bossgegner trotzdem viel Schaden zu machen, weil man immer schneller die Schüsse abfeuern kann und dementsprechend gut Schaden macht. Ist also für PvE-Bossgegner eine relativ coole Waffe, kann man durchaus holen, um, ja, Innenstrikes, wenn man die schwere Munition aufgebraucht hat, die Bosse trotzdem noch ordentlich, also ordentlich auf sie in Trauer zu hauen. Gut, als nächstes haben wir die Jäger mit den versiegelten Ahamkara griffen, ursacht der Nahkampfschaden, lädt eine aktuelle ausgerüstete Waffe nach. Ich glaube, da kann sich jeder denken, wie gut das ist oder wie schlecht das ist. Ich sage es mal so, es gibt andere Exos, die einen stärkeren Effekt haben, aber dieser Effekt hier kann natürlich durchaus nützlich sein, wenn man zum Beispiel mit bestimmten Waffen arbeitet, die wahnsinnig lange nachladen müssen zum Beispiel. Also es gibt Kombinationsmöglichkeiten, ist jetzt aber nicht die beste Exo, ich sage es mal so. Mit einem 48er-Wert tatsächlich wahnsinnig tief, das haben wir hier bei allen, da scheint sich irgendeinen Fehler eingeschlichen zu haben bei Banshee. Ich hoffe, Sie korrigieren das noch, weil die ganzen tiefen Werte hier sind eigentlich nicht unbedingt der Hit. Nun gut, gehen wir weiter zum Titan. Die zweiten einäugige Maske ist grundsätzlich nicht schlecht, waren mal extrem OP. Für PvP sowie PvE beides zu gebrauchen, denn markierte Ziele, also es markiert Ziele, die einem Schaden zufügen. Wenn also ein Feind auf mich schießt, wird dieser Feind markiert. Wenn ich diesen Feind dann töte, kriege ich einen Überschild. Ist für PvP sowie für PvE gar nicht mal so schlecht. Man lebt in beiden Fällen etwas länger im Schnitt, wenn man es schafft, den Feind zu töten. Ist jetzt auch kein Überflieger mehr, war früher mal eine wahnsinnig starke PvP-Exo, wurde aber runterkorrigiert. Und mittlerweile ist es eine solide Exo, die man durchaus brauchen kann in verschiedenen Aktivitäten. Wenn man noch nicht wahnsinnig viele Exos hat, kann man die mal holen, ausprobieren. Man wird feststellen, okay, das Ding kann definitiv was. Dann zu guter Letzt, Fluchtkünstler. Finde ich persönlich eine sehr interessante Exo, denn, also für die Warlocks, leider auch ein 48er, wäre es super schade. Wenn wir die Granatentaste gedrückt halten, das ist bei mir jetzt Q, dann wird eine Arcus-Granate in eine Arcus-Seele verwandelt. Also dieses kleine Geschütz, das man dann über der Schulter hat, das dann auf Feinde schießt, diese Arcus-Seele. Die Warlocks, die Arcus-Warlocks dürfen es kennen. Wenn wir hier also eben das kombinieren, können wir sogar mit dem Rift dann eine Arcus-Seele stellen. Dann können wir mit der Granate nochmal eine Arcus-Seele holen. Wir haben dann nicht zwei Arcus-Seele, aber man kann die Zeit überbrücken. Wenn die eine weg ist, kann man die andere holen. Oder man spielt einen komplett anderen Arcus-Focus und kann dann so diese Seele holen. Grundsätzlich macht mir die wahnsinnig viel Spaß, aber ich bin auch riesig Fan von dieser Arcus-Seele, muss ich gestehen. Denn wie nützlich es ist, in gewissen Situationen nicht schlecht. Im PvP hat man zusätzlich ein bisschen Schaden, kann den Feind unter Druck setzen. Ja, wenn man gerne Arcus spielt, ich würde es mal so sagen, kann man die eigentlich immer mitnehmen. Weil egal mit welcher Arcus-Granate, das funktioniert. Immer. Mir persönlich macht sie sehr viel Fun. Aber ich mag die Arcus-Seele auch wahnsinnig. Gut, schauen wir uns die legendären Waffen noch an. Wir machen es wie immer. Ich schaue drüber. Wenn mir gerade was ins Auge sticht, sage ich, hey, die könnte was sein. Und ihr als Community schaut auch drüber. Und wenn ihr sagt, okay, die sieht super aus, schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Helft euch gegenseitig. Dann ist das Video nicht allzu lange. Und die, die sich noch wahnsinnig intensiv mit den Waffen auseinandersetzen möchten, können einfach kurz in der Kommentarspalte gucken. Hier, das sieht zum Beispiel gar nicht mal so bad aus. Aber da haben wir sicher ein paar Experten im Chat, also in der Beschreibung unten, in der Kommentarsektion, die da vielleicht, mit Spitzgranate auch nicht übel, die da vielleicht sagen können, hey, die habe ich schon geholt, ausprobiert ist wirklich gut. So. Dann die letzten zwei noch. Also, die Rüstungen sind leider alle auch im 48er Wert, also nicht wahnsinnig interessant. Und wir machen noch das exotische, nee, bevor wir das exotische Engram aufmachen, das habe ich nämlich letzte Woche vergessen zu erwähnen. Wir haben auf der zweiten Seite die Falkenmond, die wir jetzt bei Xur holen können, denn die Questline ist nicht mehr im Spiel. Das heißt, ihr könnt jetzt die Waffe über diesen Händler holen und auch Erzählung eines Toten. Hier das Gleiche. Das heißt, wenn ihr die beiden Quests nicht gemacht habt in der Vergangenheit oder erst später in Spiele zugestiegen seid oder eingestiegen seid, dann könnt ihr die jetzt bei Xur einfach holen. Ihr braucht hier einen exotischen Code. Man sieht da unten, was man alles braucht. So, damit ich es dieses Mal noch erwähnt habe. Nicht so wie beim letzten Xur-Video. Gut, was richtig schön ist, wenn das jetzt auch einen tiefen Wert hat, dann, okay, super. Ja, dann würde ich sagen, das war es vom lieben Xur. By the way, ich streame regelmäßig auf Twitch und am Samstag, also am 5.3., werde ich auch den Raid streamen. Das heißt, ich werde den Raid, wenn er live geht, Day One spielen mit dem Trupp und wir werden versuchen, da möglichst weit zu kommen. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann schaltet gerne ein. In der Beschreibung wäre da sonst noch ein Link. Das heißt, ihr könnt gerne dabei sein. Und die, die das selber versuchen, ich drücke euch die Daumen, dass ihr da ordentlich vorwärtskommt. Gut, das war es auch schon mit der kurzen Ankündigung. Alright. Wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch und im nächsten Video auf YouTube. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dann.